Was ist denn da? Ich laufe jetzt ganz langsam. Ah, jetzt geht's wieder. Oh mein Gott. Was flüstern die da? Ich geh immer noch sehr langsam. Also, ich tue hier... Es ist echt langsam. Ich kann nicht schneller. Kann ich da durch? Oh mein Gott. Ey, das ist so creepy. Wieso ist das Spiel kostenlos? Ich würde gerne was mit so viel zahlen. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Äh? Soll ich zu dem hin? Ich weiß ja nicht Es wurde gesagt, ich soll ans Licht glauben Und da hinten ist das Licht Warte mal Was? Es ist weg Hier ist auf jeden Fall das Licht Was? 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 Okay Poem Poem Oh Gott Ich sehe es Diese Flamme ist ohne Stimme Oh Gott Okay Kann ich es fühlen? Ich möchte wegfliegen Ich habe keine Ahnung, was in Brace heißt Ich muss eng gestehen, tut mir leid Ich kann ihre Musik hören So schön, so hübsch, so unwahr Ruf nach mir Ich bewege mich wirklich sehr langsam Ich habe es echt gerade voll laut auf den Ohren Sprechen über Freundlichkeit, Liebe und Frieden Und über ein Land voll mit Sternen und Glück Glück Freude Glückseligkeit Ich weiß nicht Und ich laufe, ich ignoriere meinen Schmerzen Ich ignoriere meinen Schmerzen wachsen und mein Weinen und meine Angst Und bald Meine dunkleste Vision Und mein Körper wird taub Oh Gott Das ist gerade voll der eklige Snod Und mein mein Verstand Oh boy Okay, so I leave for just a few minutes And that's where I find you In my past In my memories I'm really sorry, but I'm gonna have to force you out now You've gone way too far Was? Ich bin sein, sein Erinnerung und jetzt bin ich gefangen und oder was? Das mache ich nicht, das passiert Warte Stop 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 Okay, I get it now Oh, that's That's extremely interesting Wait, you know what? I'm just gonna let you be And Well Have fun Have fun Actually, let me just put you back on your tracks It's gonna be a lot easier for you I'm just gonna let you explore Have fun And do whatever you want I'll just watch from a distance In case you need help Have fun Really? What's happening here? Ich weiß nicht Ich muss gucken, was hier hinten ist Es sieht aus, als ob ich da weiter muss, aber Ich muss wissen, ob ich hier irgendwas tun kann Ich renne Hi! Oh Gott Oh, das war nur ein Schatten Oh Gott Oh Gott Also Oh Gott Dieses Spiel ist teilweise verwirrend und teilweise ver... Ah, ja Das wolltest du also Follow the light Hier gibt's kein Licht Nur ist nicht das Schöne Achso, da Okay Fahre ich nach unten? Follow the light? Follow the light! Hier ist das Licht Oh, ist das schön hier Und jetzt? Follow the light Ich nehme mal an, das ist das Ich will am liebsten durchrennen, aber ich will es nicht hier durchrushen Es ist teilweise auch sehr bedrückt Ich hoffe, das bleibt jetzt hier nicht eine Aufnahme auf, aber ich habe eine E-Mail gekriegt Oh Gott Oh Gott Kann ich hier weiter? Ich will hier weiter gehen Ich kann hier nicht weiter gehen Ich will... Loser? Was? Hier ist halt die Loser Ich kann mich bewegen Ich... Kann mich nicht weiter bewegen Hä? Was ist denn hiermit? Das... Oh... Oh... Ihr habt nix zu sagen Hä? Ich verstehe das gerade null Okay, ich bin irgendwie... Ekelhaft? Ah, ich soll... Ich muss rausfinden, was die sagen Scary Ängstlich Egoist Egoist Also Verlierer... Widerlich oder ekelhaft? Ich weiß... Ängstsägend Egoist Was passiert hier jetzt gerade? Was? Do you believe? Katrin ist a good person? Oh Gott NOOOOO Oh yeah, this scene You've been here before, right? I don't want to interrupt, but I just really wonder if you're finally starting to understand Da stand gerade Glaubst du, Katrin ist eine gute Person Und der hat Nein geklickt? Er kennt mich doch gar nicht, der Penner Oh Gott Das ist wieder so einer Sometimes Ignoranz is your best choice Manchmal ist Ignoranz deine beste Wahl Why would everything require to have meaning? Warum Muss alles eine Bedeutung haben? Da ist wirklich nichts Besonderes Was diese Szene angeht Warte mal, ich will mir das nochmal ansehen Also Hier ist auf jeden Fall Hier spielt jemand Klavier Was hat das mit dem Klavier eigentlich auf sich? Spielt die ganze Zeit jemand Piano? Was ist denn die beste Wahl? Äh, wollt ihr... Ich kann das echt nicht zensieren Das wird das Feeling des Spiels kaputt machen Also Ich bin Katrin Ich werde auch gerne Kati genannt Sehr gerne Kati Wirst du nicht zustimmen, Katrin? Und ich weiß nicht warum der Katrin hat Aber eigentlich Ich würde mich wohl erfüllen, wenn der Katrin stehen würde Oder wahrscheinlich eher nicht mein Name Nö! Scheiße! Was war das? Das ist mein Desktop! Aus Gründen habe ich den gerade total voll, aber das ist mein Desktop! Gott, habe ich irgendwas peinliches? Scheiße! Ich hatte vor kurzem Ich hatte vor kurzem eine Uni-Veranstaltung und habe alles aus Zeitgründen auf dem Desktop gespeichert. Also das sieht nicht immer so aus, aber das ist mein Desktop! Oh mein Gott! Das ist... You're supposed to be here, Katrin. Also du solltest nicht hier sein. Kein Empfang, kein Ausgang, kein... Why would you leave us? Do you hate yourselves? Warum wirst du jetzt... Oh Gott! Oh Gott! Keine Pause! Warum möchtest du jetzt... Warum hast du die... Was? Warum... Ich bin grad echt total verwirrt! Warum bist du jetzt noch nicht gegangen? Hast du dich so selbst... Leave me alone. I just... What is this your feeling? Was fühlst du gerade? Verstehst du... Also fängst du an zu verstehen. Ich fühl mich... Das ist alles unheimlich. Ich fühl mich irgendwie... Beobachtet! Ich fühl mich sehr beobachtet! Leave me alone. Kann ich auch nichts tun? Lass mich allein. Ich... Ja... Ich glaube, ich verstehe langsam. Bedeutung, 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 Bedeutung. Da ist keine. Always poking around, I see. Überall rumschnüffeln wie ein Kind. Ich verstehe. Precidious time, Precidious... Zeitverschwendung. Es? Lass mich allein. Darf ich mal hier durch? Oh, interesting. I need your help. He's everywhere. He's the... God. You won't leave me alone. Oh, I think they are finally going insane. Oh, I don't understand. Help me. Free me. Monster. Come. Such me. Was? Hilfe! Oh mein Gott. Oh mein... Oh du Scheiße. Wait, what? What? Why are we here? Why did this level load up after that? That's... What? Did she? Was? Was? Did she? Was? Was ist das hier? 0 von 8? Was denn 0 von 8? Scheiße, was passiert hier? Was ist denn hier 0 von 8? Ich renne übrigens nicht. Der macht das wohl alleine? Die, der macht das. Da, da, da! Da, da... Das, das ist... Studio hall, pool, Kantine. Da, da... Ich f... Das ist gruselig. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, 0 von 8 war es? Oh Gott! Meine Fresse! Hä? Oh mein Gott! Hallo? Da war F zu Interact? Ich soll Weckers sammeln. Was? Detention! Nachsitzen, Katrin! Seien wir but dust in shadow. Oh mein Gott! Was? Ich soll nachsitzen? Was? Ich hab noch nie nachgesessen. There is no meaning to life. Da ist keine Bedeutung des Lieders. We are not but dust in shadows. Wir sind nix außer Nebel und Schatten. Das hab ich nie gesagt! Alter, steht so, als ob das ein Zitat von mir wäre. Das hab ich nie gesagt! Das hab ich nie gesagt! Oh Gott! Oh mein Gott! So. Okay, warte mal. Dann hab ich einige Türen total versemmelt. Ich hab grad voll Bauschmerzen. Das ist, weil ich mich grad total unwohl fühle. Was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott! Kann ich hier wieder rein? Was? Muss ich hier nur noch einen Wecker finden, ne? Okay, hier kann ich nicht durch. Gut. Mal grad auf die Uhr achten. Okay. Ich kann noch ein bisschen. Hä? Okay. Ich glaube nicht. Was ist das hier? Was? Do you? Was? Are you lost? Geht's anscheinend nicht weiter. Oh meine Fresse. Okay. Okay. Was ist denn hier? Cantina? Oh, cool. Was? Oh Gott Das ist gerade total unbehagen Oh Gott Ah